Der absolute Sicherheitschef Kommt B-B-B-B-B-B-B-Bully! Yeah! Okay Kinder, gib mir einen! Yeah! Okay, gib mir nochmal einen! Yeah! Ha, gut so! Und nehmen wir es mit einem Wow! Wow! Ja! Das war schon ziemlich gut! Und nun gib mir mal ein richtiges Yeah! Yeah! Ja! Das war ja schon gar nicht so schlecht! Okay! Ich meine euch! An den Instrumenten! Macht mal ein bisschen halblang! Hey! Ein bisschen halblang, sagte ich! Okay! Wird schon besser! Noch leiser, Jungs! Noch leiser! Ja! Schon viel besser! Okay Kinder, das war schon mal gar nicht so schlecht! Aber die Jungs an den Instrumenten und ich, wir haben das schon viel, viel lauter gehört! Damit wir auch richtig, ich meine so richtig in Fahrt kommen, gebt ihr am besten mal richtig Gas! Ich sag jetzt, yeah! Ihr Mädchen antwortet dann richtig, ich meine so richtig laut! Yeah! Alles klar? Okay! Also! Yeah! Yeah! Gut! Und jetzt die Jungs! Yeah! Yeah! Wow! Ich glaube, das war schon wesentlich besser! Aber leider reicht das nicht ganz, um die Bands so richtig anzuhalten! Aber keine Panik! Ich werde euch jetzt die uralte Technik des Hyper-Mega-B-B-B-B-B-Bulli-Burlers einbeinen! Eine Technik, die in meiner Familie schon seit Millionen von Jahren von allen beherrscht wird! Okay Mädels, ihr zuerst! Atmet ganz tief aus! Und jetzt ganz tief ein! Immer tiefer! Und wenn ihr nicht mehr tiefer einatmen könnt, dann gebt ihr ein! Yeah! Yeah! Wow! Und nun die Jungs! Also! Yeah! Yeah! Wow! Ihr habt es! Ihr habt es! Aber ihr müsst mir jetzt alle ein bisschen helfen! Ihr wisst ja, manchmal braucht jeder ein bisschen Hilfe! Also wenn ihr Hilfe braucht, hier ist sie! Schreit einfach alle so laut, ihr könnt! Hilfe! Das ist nicht mein Papa! Geh weg! Hilfe! Das ist nicht mein Papa! Geh weg! Genau! Hilfe! Hilfe! Das ist nicht meine Mama! Hau ab! Hilfe! Das ist nicht meine Mama! Hau ab! So sieht's aus! Hilfe! Das ist nicht mein Bruder! Hau ab! Hilfe! Das ist nicht mein Bruder! Hau ab! Ja! Ihr habt es! Genau so müsst ihr es machen! Das ist der Hyper-Mega-Bulli-Brüller! Und ihr macht das einfach großartig! Ihr habt die Kraft! Das ist der Hyper-Mega-Bulli-Brüller! Ich bin immer an Douglas Bicherheitsrägen! Okay? Vielen Dank.